Millionen Rentner werden entlastet. Die fünf wichtigsten Änderungen im Überblick. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Viele Millionen Menschen, auch Rentner, Arbeitnehmer, Unternehmer usw. wurden mit voller Wucht durch die hohen Energiepreise und auch durch die Inflation getroffen. Die Bundesregierung versucht unter anderem Millionen Menschen, Rentner, finanziell zu entlasten. Hier die wichtigsten Änderungen für unsere Rentnerinnen und Rentner im Überblick, die tatsächlich eine große finanzielle Entlastung bedeuten können. Starten wir gleich. Natürlich ist bekannt die Zahlung der Energiepreispauschale im Dezember 2022. Der Großteil der 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner hat diese 300 Euro am 7. Dezember schon ausgezahlt bekommen. Zweitens, der Bundesrat hat im Eilverfahren am 16.12.2022 die Gas- und Wärmepreisbremse, die zum 01.01.2023 kommen soll, beschlossen. Damit auch finanzielle Entlastung für Millionen Rentner. Millionen Rentner werden auch eine Entlastung beim Strompreis bekommen. Die Strompreisbremse wurde ebenfalls im Eilverfahren am 16.12.2022 durch den Bundesrat durchgewunken. Also das ging ganz fix. Viertens, die Hinzuverdienstgrenze auf vorgezogene Altersrenten fällt zum 1. Januar 2023 weg. Das hat auch der Bundesrat am 16.12.2022 beschlossen. Viele Frührentner können ab 2023 sorgenlos, anrechnungsfrei neben ihrer Rente dazu verdienen und sozusagen dann zwei Einkommen im Monat haben. Erwerbsminderungsrentner können sich über deutlich höhere Hinzuverdienstgrenzen ab 2023 freuen. Wenn auch hier winkt, eine gute finanzielle Entlastung. Und fünftens und letztens, steuerpflichtige Rentner werden entlastet. Zum einen ist der Grundrentenzuschlag rückwirkend ab dem 01.01.2021 steuerfrei gestellt und zum anderen steigt der Grundfreibetrag ab 2023 um 561 Euro auf 10.908 Euro. Damit ist steuerpflichtiges Einkommen von Rentnern erst ab 10.908 Euro als Einzelperson oder das Doppelte dann im Ehegatten im Jahr 2023 steuerpflichtig. Änderungen, die im Dezember oder dann 2023 greifen und für Millionen Rentner eine zum Teil erhebliche finanzielle Entlastung bedeuten. Ich finde das alles insgesamt als Paket eine ganz gute Sache. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel